Ich weiß, der muss hier irgendwo sein. Bist du falsch? Bist du falsch? Dein Andrück? Ich weiß, der muss hier irgendwo sein. Bist du nicht falsch? Ich bin vielleicht nicht der Heldst, aber ich weiß genau, was hier ist. Dieser Mann, dieser Mann ist böse. Ein Dämon. Ein dämonischer Friseur. Und er hat in alle Wache geschoben, in der ganzen Stadtverwaltung. Weil sie haben ihn ins Exil verbannt, um seine Frau und seine Tochter zu stehlen. Und jetzt, wenn er sich alle umbringt, und meine gute Herren, meine gute Herren, die wie ein Mutter für mich ist, Mrs. Lovett, Moment, meine gute Herren, die müssen... Moment, die muss wegen die Leichen wegschauen. Sie macht da raus Pastillen. Und die Leute da lieben die Pastillen vom Messerfurm. Aber ich esse das vorhin nicht. Ich weiß ja, was drin ist. Vielleicht sollte ich Mr. Todd sagen, dass diese arme Seele, die Bettlerfrau, dass es seine Frau ist. Vielleicht wird er aufhören zu morgen. Sie lebt heute auf der Straße. Seine Tochter, seine Tochter, die hat der Bürgermeister nicht verlieswerfen lassen, damit sie nicht weglaufen kann. Und dann ging es dann nach diesem, diesen Seemann. Mir bestimmt mal eine ganz schön salzige Pastillen. Der hat sich in Joella verliebt. Der Mist hat doch das entwert. Aber ich esse das vorhin nicht. Ich bin gleich wieder hellster. Aber ich weiß genau, was hier los ist. Ich fühle dich in Joella. Ich fühle dich in Joella. Ich bin gleich wieder in Joella. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020